Sehr geehrte Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Als junger Europäer bin ich mit der Gewissheit aufgewachsen, dass ich ohne Bedenken in andere europäische Länder reisen kann. Bei dem Gedanken an die Speicherung und systematische Analyse meiner Reisedaten bekomme ich jedoch ein ungutes Gefühl. Die zur Abstimmung stehende PNR-Richtlinie sieht vor, dass bis zu 60 unterschiedliche Informationen über jeden Fluggast bis zu fünf Jahre gespeichert und von Sicherheitsbehörden analysiert werden sollen, um neue Verdächtige zu generieren. Die Logik, die mit dieser weiteren Vorratsdatenspeicherung einhergeht, ist fatal. Wer das falsche Reisemuster aufweist, wer das Falsche ist, wer mit den falschen Menschen reist, ja, über wen die Airline-Mitarbeiter das Falsche in dem extra dafür vorgesehenen Freifeld eintragen, der gerät ins Visier. Wir alle sind verdächtig. Ganz unabhängig davon, dass es immer noch keinen Beleg für die Wirksamkeit von Vorratsdatenspeicherungen gibt, bin ich der Meinung, dass potenzielle Ermittlungserfolge in keinem Verhältnis zu den damit einhergehenden Einschränkungen der freien Persönlichkeitsentfaltung stehen. Sehr geehrte Abgeordnete des Europäischen Parlaments, wenn Sie also darüber abstimmen, ob die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten in Europa kommt oder nicht, denken Sie bitte auch an die Grundrechte der Menschen in Europa. Setzen Sie ein mutiges Zeichen, schützen Sie unsere Reisefreiheit und Privatsphäre und stimmen Sie gegen die PNR-Richtlinie zur Speicherung von Fluggastdaten.